Die müssen ja eigentlich, oder? Weil nachträglich kann sie da nie reinschieben. Aber kann man die nachträglich überhaupt reinbauen? Gute Frage, nächste Frage. Ein Seitenabfluss, noch ein Abfluss. Oh, da sieht es ein bisschen größer aus, ein bisschen dunkler. Oder einfach nur nicht mehr überdacht. Und hier nur alte Türen. Oder auch neue Türen wahrscheinlich, um irgendwas da drin zu verstauen. Und dann dunkle Kommeuer. Gucken. Oh, Betonbleckeries. Oder? Glaube ich. Ja. 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 War mir gut. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 wird fried da ist doch eine mauer gar nicht mehr richtig tja 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 Das ist so schön. Wauw Hier wohnt es sicher etwas bedeutenderes Also ein kleiner, bodeniger Handwerker Achso, hier in dem Stadtteil Die ganzen, ja Was gab's da? König? Nee, habt ihr ja nicht Ja, du bist ja krass Warte mal Ich bin hier froh, dass so ein Steinchen hochgekommen ist Zwei Meter meine beste Aussicht Im wahrsten Sinne des Wortes, naja Den wo jetzt rum was schlägst du vor quer durch jetzt rum was schlägst du vor quer durch jetzt könnte ich auch noch eine rauchen 2000 jahre marmor investieren marmor investieren da kannst du recht haben fast Passt. Frank sagt Marmor. Ja, das ist glaube ich. Also mal Feuer kurz. Ja, hab ich. Was ist das Feuer unterm Hindern? Was hat die so genervt zu meinen? Genau wie im Kölner Dom. Ich kann jetzt bis ganz oben hin, muss kein Schwein mehr sehen. Genau wie im Kölner Dom. Ja, ich glaube, wenn irgendwas so angelegt ist, dann sieht man es trotzdem noch. Weil es halt einfach pompös aussieht. Im Gesamten. Wie Schatten. Ist er da, kriegst du nicht mit. Aber fehlt er, dann ist irgendwas falsch. Sieht zu glatt aus oder so. Garb. Und hier. Ja. Und hier. Der wird einfach, aber ganz oben. Ja. Und zwar wieder hinten, ich muss nur kurz ihn nehmen. Entschuldigung. No worries. Hat Ahmed noch nicht angerufen? Nein! So geduldig. Wenn du aber festlehrst, dann wird er eh umsonst angerufen. Von deinem Handy schon wieder? Ja, ich hab ihn mit GPS an. So. Wie lange hält das dann? War ja gestern auch nicht so lange, ne? Ersatzakku. Solartes Bild. Das ist krass hier, ne? Das ist doch nur so eine Idee, wie der Boden mal irgendwann aussah. Das gefällt mir, ja. Ja, richtig. Juhu! Tanzveranstaltung. Das hier war bestimmt so eine Halle, ne? So ein Saal oder irgendein Kram. Viele Erdbeben. Ja. Viele Erdbeben. Viele Erdbeben. Hast du schon eins mitgekriegt? Ja. Ist auch nicht so schlimm. Also das in Thailand, das war ja auch nur Bodenerschütterung und dann ist aber nichts passiert. Ist ja alles kaputt hier. Ja. Was sollte das hier wohl mal sein? Kerker für die Löwen mit miesen Menschen, oder so? Kann das sein? Das könnte ein Brunnen gewesen sein, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Man sieht nichts. Wie man sieht, sieht man nichts. Sie sehen richtig. Was damals Müll und Ströpfer ist heute archäologisch wert. Wie das Ei. Wie das Ei, genau. Man sieht aus dem Fall aus dem 67, dann kommen Archäologen und oh, ein unbekanntes Ei. Ein gemaltes Ei. Es muss ein Künstler gewesen sein, weil Frauen konnten das damals ja noch gar nicht. Die hatten ja keinen Taumel. Was? Du spinnst. Na guck mal, Klatschmund. Opium! Opium fürs Fall. Schön sieht's aus. Ja, schön rote Blümchen. Ich hoffe, dass der berauschen wird. Ich wollte ihn jetzt auch nicht ernten oder so. Wollte es jetzt. Ja, irgendwie braucht es Zeit oder was? Braucht es Zeit. Habe ich am Anfang auch gesagt. Die schießen gleich zurück, die Syrer, ne? Die ersten Wochen da und dann hieß es halt, wenn Hofzett ist oder so, da gehen schon mal ein paar Schüsse hoch. Dann habe ich gesagt, ja, wir müssen hier wieder runterkommen. Dann könnte es auch weh tun. Ja, ich meine, die haben ja alle Waffen. Das war in Istanbul genauso. Wie gesagt, wir mögen auch schießen. Wir schießen ja überall rum. Ich sag auch. Das ist das Stadttor gewesen. Wir Waffen hat fast kein Hirn. Das ist eh von der anderen Seite gewesen. Genau. Ja. Ich baue auch keine. Das ist ja am Ende nur festgenommen. Ja, das nicht. Aber wie gesagt, wenn du eine Pistole mit 15 Schuss hast und 20 Leute stehen vor dir, was machst du dann? Ja, ich habe zu spät gegessen oder irgendwas. Irgendwie habe ich Luft im Bauch. War zu viel Kaffee hinterher draufgekippt. Ja. Ja. Cool aus. Ja. Ja. Das ist Wein. Das ist Wein. Das ist so. Wein? Ja. Russischer Wein. Russischer Wein. Oder armenischer Wein. Das ist bei mir zu Hause als Zierpflanze. Das ist eine der Idioten, die meine Brüte mal machen sollten. Irgendwas da reingeschickt haben. Dann kannst du so gucken, wie sie eingegangen sind. Ja. Daumen da rum. Uff. Da ne. Das sieht fast uninteressant aus. Diese Lige Wurzeln. Dann bist du. Und zweifel den Piloten. Ja. Das ist glücklich. Ja. Ich werde das einwählst. hier ja das haben sie in der türkei gehabt da in Antalya damals irgendwie bloß nichts anfassen bloß nichts mitnehmen und ich weiß ja gut aber hier ist auch noch nicht so eine mega überlaufende touristenattraktion dann natürlich dann auch wenn was weiß ich ach mit die sind fast da und immer noch lachen dann ne also nichts gefährlich hier schön ist hier schön grün gefällt mir richtig oasisch irgendwie überlegen wie heiß es heute mittag war mit der sonne wie die geblendet hat einfach nur diesen weißen stein da war richtig viel wüste ein koden aber stimmt müsste überlaufen mit touristen ich fand es quasi so schön also eigentlich du bist ja so super interessiert daran kannst du, könntest du den ganzen Tag hier verbringen ja klar willst du weiter graben ja weiter graben das war aber eine piegne hier ne oder kann man das so rein naja da ist weiter ja 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 Irgendwoher müssen sie ja kommen. Aus seinem Mund, ja. Immer ich. Immer auf den kleinen Fragen. Wie soll ich da noch wachsen? Die Kleine war so süß, als sie heute so sauer war. I look like your dog. Ja, ich kriege sie mal gerne. Es macht Spaß. So wüterig das ist. Das sieht aus wie so ein Bad. Das sieht aus wie so ein Puppe wie ein Bad. Waren das mal so Sitzplätze da? Meistens wurde da mal so Feuer gemacht, Wasser erwärmt. Und das ist dann wie ein Bad. Auf jeden Fall war das hier mal ein Rundbogen. Das sieht man auch so ein bisschen. Das ist besser noch. Und. Fußboden-Halt, auch eine Erfindung der Römer. Hast du wirklich? Was? Hast du wirklich? Ja! Ja! Hast du wirklich die Geschichte im Unterricht? Ja, hatte ich auch. Also ich? Ja. Ah. Das ist so laut, nein. Das ist so laut, nein. Das ist so laut. Das ist so laut. Das ist so laut, nein. Das ist so laut. Das ist so laut, nein. Das ist so laut. Das kann man nicht lesen, kann man nicht lesen. Das kann man gleich lesen. Denn hier ist so laut. Das kann man gleich, wenn in dermentsaust. Okay. Ah, well. Notice hier. Ja, aber jetzt hier. Der liegt also. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020